DEREC MILLER Dies wird die Welt, wie wir sie kennen, verändern. Ich brauche dich und dein Team dafür. Wir machen es auf meine Weise. Es werden keine Fragen gestellt. Bin dabei. Okay, ziehen wir es durch. Das gefällt mir nicht, Boss. Der Prediger, er kommt hierher. Wollt ihr ihr Leben draus, müssen wir zusammenarbeiten. Denk daran, wir haben die Ressourcen und alle Zeit der Welt. Dieser verdammte Mistkerl benutzt meine Tochter, um an mich ranzukommen. Haben Sie Kinder, Miller? Wollen Sie einfach mein kleines Mädchen? Los geht's. Komm raus, komm raus, wo immer du bist. Du weißt wirklich nicht, wann du aufgeben solltest. Ja. Das war ich Ihnen wohl schuldig. Das war ich Ihnen wohl schuldig. Das war ich Ihnen wohl schuldig. Das war ich Ihnen schuldig. Das war ich Ihnen schuldig.